Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Verdachung der Prostituzolle geeignet. Ich muss ganz kurz checken, ob der Kamerawinkel so passt oder ob er eben so nicht passt. Guten Morgen, guten Mittag oder auch. Moin Meister. Ich tue so, als würde ich hier eben noch kurz was durchhusteln, um einfach hustlermäßig zu wirken. Was ist zum Beispiel eine Antwort, die ihr geben würdet, wenn euch jemand fragt, how are you? How are you, bro? Äh, I'm Sascha. Ich muss sagen, ich hätte aber auch den ein oder anderen guten Auftritt. Äh, John Cena hat meine Leg Day Joke komplett abgeholt. I mean, what is better to drive a manual car after a good leg day, right? Das war, äh, ein bisschen unangenehm. Soviel zu Miami, Freunde. Heute gibt's wieder mal eine klassische Episode und zwar Hörer of Date Stories. Wer von euch hatte da draußen ein Date, bei dem er sagen musste, holy shit, Digga? Schreibt mir bitte auf gar keinen Fall in die Kommentare, ob das der Fall war. Beim vierten Date erzählt er mir, dass er und seine Freunde sich jedes Mal Videos von ihrem Stuhlgang schicken. Da muss ich wirklich sagen, wow. Du trägst doch, äh, er hat wirklich eine Scheiße geschenkt. Respekt, Jungs. Er hat ein One-Night-State-Gästeboot geführt, in das ich mich eintragen sollte. Ja. Wer von euch führt auch so ein Buch, ja? Nee, also wirklich, so was geht gar nicht, ja? Also, wer so was macht, ist wirklich meiner Meinung nach unter aller Würde, die Willigkeit der Frauen auszunutzen. Und das dann noch auf so eine dekadenten Art und Weise in dem Gästeboot festzuhalten, Leute. Also, wie viele Frauen wir, also unterschiedliche Frauen wir Sex hatten. Bei mir waren es so 80 bis 100. Also ja, hier ein paar nette Mädels, hehehe. Ich, weiblich, damals 22, lernte ihn über irgendeine Dating-Seite kennen. Haben wochenlang geschrieben, telefoniert, Bilder gesendet. Ah, sie packt die Titten aus! Es kam Tag X und wir hatten unser erstes Date. Ich war total aufgeregt. Er kam... Ich kam vor die Tür. Das ist jetzt so ein Szenario. Er umarmte mich und sagte, Shit, ich hab deine Blumen mit dem Auto vergessen. Ich hol sie schnell. Ehrenmann. Ich beobachtete, wie er zum Auto ging, dann stieg er ein und fuhr weg. Okay, keine Blumen, kein Nächster. Er ist bester Mann. Er dachte sich in dem Moment, wo der kurze Hand die Umarmung verteilte, äh, sooo nicht. Aber auch hier muss man wirklich ehrlich was sagen. Die moralisch korrekte Entscheidung wäre gewesen, Leute. Förderung der Prostitution ist gar kein Verbrechen, ist ein Vergehen. Also ist es moralisch so zu akzeptieren? Waren im Restaurant. Alles klar. Ich musste kacken. Der Typ geht her, trifft sich zu einem Date mit einer Tuss. Und noch bevor das Essen da ist, merkt er, oh, ich muss kacken. Leider hab ich, wie immer, mein Handy mitgenommen und völlig in Trance rumgespielt. Nach 25 Minuten hab ich mich erschrocken und bin zurück. Sie war leider weg. Optimaler kann das Date nicht verlaufen. Ich geh mal schwer davon aus, dass es so lange gedauert hat, weil der Typ seinen Kollegen noch kurz ein Video von seiner Kacke schicken muss, oder? Scheiße. Es interessiert mich nicht. Ich hatte gestern einen Date mit einer 19-Jährigen, die Gertrude hieß. Ich kam einfach nicht darauf klar. Musste die ganze Zeit lachen. Am Anfang hat sie mitgelacht. Dann hat sie angefangen zu weinen. Das tat mir so leid. Gertrude, Digga. Tut mir echt aggressiv leid, mal akka verstehe. Wenn euch die arschgeile Episode gefallen hat, dann lasst dem Daumen jetzt ein Loch im oberen Linken festzum. Und wenn ihr Bock habt, dass Hühner-Secret vorbeikommt, und zwar am 05.02. Im Livestream, dann interessiert es mich nicht. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann verpisst euch. Das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein, oder? Ich habe Immobilien, die mehr wert sind als 120 Millionen. Hört mal auf, mich immer so als Hartzler darzustellen.